Und weiter geht's jetzt mit einem Lieferdatumsupdate, was Ihnen mit Sicherheit ganz dienlich sein dürfte, denn es geht darum, rechtzeitig vorzusorgen. Und Sie haben die Problematik hundertprozentig schon hier und da gehört. In den großen Medienhäusern wird auch schon darüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls. Wir haben alle schon mal einen Stromausfall erlebt. Wir wissen, das schon mal grundsätzlich ist wahrscheinlich. Gegebenenfalls müssen wir uns aber auf mehr vorbereiten. Und ich habe gelesen, gerade auch im Hinblick auf Anfang des Jahres, im Januar könnte es zu Engpässen kommen. Und umso besser ist es, dass wir das erste Produkt, was wir Ihnen zeigen, jetzt aktuell lieferbar haben. Das heißt, Sie können jetzt schon vorsorgen. Und wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, wie wir hier in den Schlagzeilen sehen können, dann sind Sie ganz einfach hier gewappnet mit unserem Powerpack zum Beispiel. Aber da gibt es noch andere Alternativen. Denen widmen wir uns später. Powerpacks aber ja auch ideal, um einfach drin zu betreiben, wenn ich jetzt mal einen Stromausfall tatsächlich haben sollte. Genau, so ist es. Unterm Strich gesehen haben Sie jetzt in dieser Sendung die Wahl, ob Sie sich jetzt für Geräte entscheiden möchten, um ganz einfach Vorsorge zu treffen, die Sie in Innenräumen betreiben können. Das wären dann unsere Powerpacks hier, unsere beiden größten, die wir haben mit bis zu 2000 Watt oder bis zu 2200 Watt sogar. Oder ob Sie auch ganz einfach mal eine Notstromversorgung quasi für den Außenbereich haben möchten, die Sie quasi dann in den Innenbereich weiterlegen. Und die können Sie natürlich dann ohne Ende oder unbegrenzt quasi laufen lassen, weil die ganz einfach mit Benzin laufen. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Aber ich habe mir jetzt gerade noch mal eben so mit einem Auge so diese Schlagzeilen mal angesehen. Und wir zeigen Ihnen ja häufiger speziell auch mal die Meldungen, die aktuell also auch durch die Presse gehen. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, natürlich rückt dieses Thema immer näher. Wir kommen jetzt auf Weihnachten zu und auch der Januar ist nicht mehr allzu weit hin. Und sollte es tatsächlich mal irgendwann zu einem Stromausfall kommen, zu einem sogenannten Brownout, wenn man dann tatsächlich mal irgendwann gezwungen sein wird, um vielleicht einen ganzen Blackout, wo also wirklich über mehrere Tage kein Strom mehr zur Verfügung steht, wenn man dann also einen sogenannten Brownout macht, um einzelne Stellen gezielt abzuschalten, um das große Desaster dann zu verhindern, dann möchte ich persönlich vorbereitet sein. Und ich habe genauso Vorsorge getroffen in anderen Bereichen meines Lebens. Ich habe eine Vollkasko-Versicherung für mein Auto, die ich noch nie gebraucht habe. Ich habe eine Unfallversicherung, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ich habe eine Haftpflichtversicherung, eine private und so weiter. Und die wenigsten Versicherungen dieser Art habe ich jemals gebraucht. Ich bezahle sie aber fleißig. Ganz einfach deswegen, weil Sie mir für den Fall der Fälle ein gutes Gefühl vermitteln können. Weil ich weiß ganz einfach, ich habe vorgesorgt. Und gerade auch dann, wenn Sie vielleicht nicht nur alleine leben, sondern vielleicht auch eine Familie zu Hause haben, seien es Kinder, seien es vielleicht auch ältere Personen im Haushalt, ist nun mal die Stromversorgung etwas ganz Elementares. Und eine Stromversorgung ist mit solchen Geräten schlicht und ergreifend gewährleistet. Wir haben hier unser momentan absolutes Premium-Produkt, unter anderem auch aus der Premium-Serie von Pearl.de, hier bei uns auf Sendung. Und das ist ein Stromspeicher sozusagen, wenn man so möchte, nichts anderes als eine große Batterie, die Ihnen elektronische Geräte mit bis zu 2000 Watt Gesamtleistung ohne weiteres und zuverlässig mit Strom versorgen kann. Und da fangen wir natürlich jetzt hier bei den etwas kleineren Gerätschaften an, auch mal Handys, Tablet-Computer oder vielleicht auch mal den Laptop, mit dem man im Fall der Fälle trotzdem weiterarbeiten möchte, weil man ganz einfach auch auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben möchte. Informationsbeschaffung ist da das Thema. Laden Sie natürlich mit den 12-Volt-Anschlüssen auf. Natürlich jetzt hier also auch mit einem klassischen Anschluss, wo man im Sommer auch mal, jetzt mal unabhängig von einem Stromausfall, mal eine Kühlbox oder was betreiben kann. Hohlsteckeranschlüsse sind auch oben drauf. Aber das Kernstück ist natürlich jetzt hier an der Seite zu finden und das sind die 2x230-Volt-Steckdosen. Sehr schön auch mal hier zu sehen natürlich das großzügige Display. Zum einen sehen Sie, wie sieht das hier im Einzelnen aus? Was für eine Stromreserve habe ich denn eigentlich noch? Wie voll ist meine Stromreserve? Nicht nur mit den Balken, sondern sogar in Prozentangabe. Und hier sehen Sie natürlich gerade, was aktuell verbraucht wird. Das heißt, Sie haben ein richtiges Strommanagement. Das Ganze eingebettet in eine topmoderne Technik. Ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku, der hier drin ist, den man locker über 2000 Mal aufladen kann, ohne dass man auch nur andeutungsweise einen nennenswerten Kapazitätsverlust feststellt. Anders als bei modernen Handys heutzutage. Und selbstverständlich haben Sie hier auch eine Stromqualität, die dem Ganzen also auch noch entsprechend Rechenschaft schuldig ist. Das ist die perfekte Technik, ganz einfach für den Notfall vorgesorgt hier an dieser Stelle und vor allen Dingen ab Lager lieferbar. 1424 Euro und 99 Cent ist Ihr TV-Sonderpreis. Den sichern Sie sich mit der Artikelnummer ZX3096 und der 569. Dann kommt dieses Powerpack direkt zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie mögen, kommt das aber nicht nur alleine zu Ihnen nach Hause, sondern auch direkt mit einem Solarpanel. Und gerade wenn wir beim Thema Stromausfälle bleiben, kann das nochmal die Verlängerung schaffen, weil ich es eben nicht an der Steckdose wiederum aufladen muss, sondern ganz einfach mit Sonnenenergie aufladen kann. Das ist natürlich kontraproduktiv, wenn wir Ihnen ein Gerät anbieten, was Sie mit Strom versorgt, was Sie aber dann wieder an der Steckdose aufladen müssen. Natürlich im Falle eines Stromausfalls, sei es ein paar Stunden oder auch mal ein paar Tage der Fall, ist natürlich dann eher kontraproduktiv. Und deswegen nutzen viele natürlich die Kraft der Sonne. Und das ist schlicht und ergreifend das Thema Photovoltaik. Viele kennen das mit den Photovoltaikanlagen auf dem Dach, Balkonsolaranlagen, Solarhybridinverter und so weiter. Das sind große, etwas größere Solaranlagen. Das Ganze gibt es aber hier in kleinen, in Anführungsstrichen, natürlich auch jetzt hier für den klassischen Hausgebrauch. Das heißt, ein Stromspeicher, der das, was die Sonne ganz einfach abgibt, speichern kann. Und das Schöne ist, das kostet Sie noch nicht mal was. Das heißt, Sonnenenergie wird nicht besteuert, nur unabhängig von den Anschaffungskosten ist all das, was Sie dann verbrauchen, kostenlos für Sie. In Kombination natürlich mit unserem derzeit größten und leistungsstärksten mobil einsetzbaren Solarpanel. Bis zu 240 Watt maximale Ausbeute können Sie hiermit generieren. Und das ist wirklich schon Spitzenklasse. Übrigens, ich erwähne das Thema immer wieder, weil es mich nachhaltig traumatisiert hat. Ich habe die Rechnung von meinem Stromversorger bekommen in der letzten Woche. Mein Strompreis hat sich mal fast verdreifacht. Ab Januar wird also auch mein Abschlag dementsprechend angepasst werden. Und ich habe gestern noch im Radio gehört, dass entsprechende Post vielleicht auch bundesweit mittlerweile unterwegs ist. Und insofern können Sie so etwas natürlich auch mal zu Hause aufstellen, um tagsüber ganz einfach Energie zu speichern, die Sie nichts kostet, um dann abends Ihre elektronischen Geräte damit zu betreiben. Man kann also sagen, wir haben hier eins der größten Sparschweine der Welt vor uns stehen. Also nicht nur Ihr persönliches Hauskraftwerk, sondern auch Stromsparkraftwerk sozusagen. Ja, so ist es. Für nur 1.709,99 Euro kommt das zu Ihnen nach Hause. Das sind knapp 260 Euro mehr, als Sie alleine für das Powerpack zahlen würden. Da lohnt sich das tatsächlich schon sehr. Die Bestellnummer ist die ZX 3145 und die 569. Kommen wir jetzt zu unserem leistungsstärksten Powerpack, was wir aktuell im Sortiment haben. Auch sehr, sehr beliebt, sodass es aktuell nicht ab Lager lieferbar ist, aber auch schon in den nächsten Tagen da ist. Achtung, 40 Prozent sind schon reserviert. Und Sie können auch noch auf dieser Warteliste Platz finden. Da müssen Sie allerdings hier schnell sein. Ja, und es wundert mich ehrlich gesagt, dass es nur 40 Prozent Vorbestellungen sind. Wir haben jetzt keine fünf Wochen mehr bis Weihnachten. Und solche Gerätschaften sind natürlich auch mal praktische Ansätze. Wenn man in diesem Jahr natürlich etwas verschenkt, dann, glaube ich, geht es mehr so in die Richtung praktischer Ansatz. Und deswegen, glaube ich, macht man die Herren der Schöpfung speziell, die so ein wenig technikaffiner sind, sicherlich sehr, sehr glücklich mit solchen Gerätschaften. Insofern möchte ich wetten, dass unser Bestand, der jetzt Anfang Dezember geliefert wird, auch sehr, sehr schnell wieder vergriffen sein wird. Zum Artikel selber. Es ist unser kleines, wie sage ich immer so gern, Monstere. Monstere. Ein Stromspeicher der absoluten Extraklasse. Sie können hier mit bis zu 2200 Watt belasten. Da sind wir also wirklich schon in einem Bereich des Hausstroms angekommen, wo man unabhängig von der Tatsache, dass man Strom generell zur Verfügung hat, natürlich auch den Gedanken ganz einfach mal wegschieben kann, was kann ich denn überhaupt anschließen? Ich persönlich müsste auf die Schildchen schauen und müsste nachdenken, was braucht mein Kühlschrank, was brauchen meine elektronischen Geräte zu Hause. Mit so einem fantastischen Leistungsangebot weiß ich ganz einfach nahezu alles, mal abgesehen jetzt vom Backofen auf 240 Grad Umluft oder sowas, alles kann ich bei mir zu Hause betreiben. Das ist der Kühlschrank, das ist mal ein Fernseher, das ist mal ein Radio, das ist der Router fürs Internet. Das sind verschiedenste Beleuchtungen bei Ihnen zu Hause. Und das natürlich alles gleichzeitig gerne bis zu 2200 Watt. Insgesamt haben Sie elf Anschlüsse zur Verfügung, mehrere USB-Anschlüsse, USB-C, USB-A, alles mit dabei. Und natürlich auch das Herzstück der kompletten Anlage sozusagen, diese beiden Steckdosen. Ruhig mal drüber nachdenken, eine Steckdose mit der Stromversorgung in Richtung Wohnraum zu legen und vielleicht die zweite auch mal Richtung Keller runter. Denn der vollste Öltank nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn bei Ihnen kein Strom an der Heizung ankommt. Da wird es nämlich innerhalb kürzester Zeit biestig kalt. Und da es hier geschneit hat im Weserbergland in den letzten Tagen, weiß ich sehr genau, wovon ich da spreche. Ja, man versucht natürlich zu sparen, wo es irgendwo geht. Aber in solchen Fällen braucht man eine Heizung. Nicht nur für Sie selber, denken Sie auch an Kinder und auch mal an ältere Menschen. Perfektes Energiemanagement natürlich über das Display, was Sie hier haben. Sie sehen auf dieser Seite ganz klar, was wird hier eigentlich verbraucht. Wie viel Watt wird verbraucht. Und hier sehen Sie ganz klar, was hier wieder aufgeladen wird. Entweder an der Steckdose oder im Falle eines Stromausfalls. Natürlich auch über Solar. Da zeigen wir gleich noch eine Kombination. Und hier können Sie ganz genau sehen, wie lange hält A mein Stromspeicher noch und B, wie lange dauert es, bis ich ihn wieder aufgeladen habe. Entweder an der Steckdose oder über das Solarpanel. Also perfekte Kontrolle, ein komplettes Strommanagement, was Sie hier bekommen. Und das mit einer der modernsten Techniken überhaupt. Und das vor allen Dingen auch mit einer reinen Sinuswelle. Das heißt, perfekte Stromqualität für all Ihre Geräte zu Hause. Das ist auch der Grund, weshalb viele dieses Powerpack als Zweit-Powerpack nutzen, weil Sie das schon zu schätzen gelernt haben und jetzt noch mal aufstocken möchten. Vielleicht gerade, um die Heizung betreiben zu können. Und da ein Gerät zu haben, was eine klar definierte Zuständigkeit im Haushalt hat, sollte es dann soweit kommen. Die Bestellnummer für das einzelne Gerät ist die ZX3215 und die 569. Jetzt sehen Sie aber aktuell auch eingeblendet das Vorteilspack, was gegebenenfalls für Sie Sinn macht. Sinn macht es definitiv, wenn Sie vorhaben, Strom zu sparen. Denn auch das geht ja sehr gut mit dieser Kombination. Und das, finde ich, ist gerade in dieser Kombination und wird das Sinnvollste, was man tatsächlich machen kann. Klar, ein paar Euro in der Anschaffung mehr, logischerweise. Aber noch mal bitte, solche Gerätschaften hier, solche Stromspeicher können Sie über 2.000 Mal aufladen. Sie können Sie über 3.000, 4.000 Mal aufladen. Aber rund 2.000 Mal ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Deswegen denken Sie mal ernsthaft darüber nach, was Sie hier tagsüber mit Ihrem 240-Watt-Solarpanel an Sonnenenergie ernten können. Sie speichern das Ganze hier. Und diese Gerätschaften, egal ob der schwarze oder auch dieser jetzt hier, beide sind mobil. Laden Sie sie tagsüber ganz einfach auf. Und das geht jetzt auch im Winter. Tageslicht reicht völlig aus. Und nehmen Sie das abends mit nach Hause. Lassen Sie Ihren Fernseher mal über so einen Energiespeicher laufen. Oder mal Ihren Internetrouter. Oder mal die Beleuchtung bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Und Sie werden sehen, das wird sich definitiv auch auf Ihrer Stromrechnung bemerkbar machen. Denn das ist alles Strom, den Sie nicht extra, wie in meinem Fall, mit knapp 70 Cent ab Januar bezahlen müssen. Wenn ich mir in diese Zahlen überlege, da dreht sich mir ein bisschen der Magen rum. Da habe ich doch lieber so eine Möglichkeit, mal die eine oder andere Kilowattstunde abzufedern. Ja, und da kostet Sie der Strom ganz genau 0 Euro und 0 Cent. Die Bestellnummer ist die ZX 3216 und die 569 für unser Kraftpaket unter den Powerpacks mit dem entsprechenden 240 Watt Solarpanel für 2.469,99 Euro. Sind Sie da bestens aufgestellt, auch um in Zukunft und im Alltag immer flexibel zu bleiben. Sie haben Ihre Steckdose nämlich ganz einfach mit dabei. Einfach ist auch die nächste Möglichkeit, die wir mitgebracht haben. Also jetzt Benzin-Inverter-Generatoren. Du hattest es eben gerade schon mal einleitend gesagt. Super auch für längere Stromausfälle. Und darum geht es. Also das ist jetzt wirklich so eine Art Versicherung mal für den Hinterkopf. Natürlich können Sie alle Gerätschaften auch für angenehme Dinge des Alltags, auch mal für eine Renovierung oder sonst was heranziehen, weil also die Leistungsausbeute enorm ist. Und auch die zur Verfügung gestellte Energie hält natürlich nicht nur für eine Stunde oder zwei, sondern gerne über mehrere Stunden speziell bei unseren Energiespeichern. Das, was wir Ihnen jetzt anbieten möchten, ist eine klassische Generator-Technik, aber eine Technik, die Ihnen sollte das tatsächlich dazu kommen, dass mal ein Blackout entsteht. Man weiß es ja nicht so wirklich, aber ich persönlich bin als erwachsener Mensch lieber vorgesorgt. Wenn das mal mehrere Tage sind, sind Sie natürlich mit so einem Gerät so ein bisschen eingeschränkt. Mit einem Generator allerdings können Sie, solange Sie Sprit zur Verfügung haben, ganz normaler Sprit von der Tankstelle, deswegen ruhig mal ein, zwei Benzinkanister daneben stellen, Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihre ganze Familie mit Strom versorgen. Und Diana kennt dieses Thema. Ja, wir haben es hier mal ein Stück weit nachgestellt. Und so ein Stromausfall, egal ob jetzt zwei, vier Stunden oder mal über mehrere Tage hinweg, wird ja nicht eine Woche vorher in der Zeitung angekündigt. Achtung, ab Donnerstag, 15 Uhr, hast du keinen Strom mehr. Der passiert jetzt. Du sitzt jetzt da, guckst Pöll TV, die Heizung läuft, Licht ist an, alles ist großartig. Und just in dem Moment, patsch, ist der Strom weg. Muss man sich nur mal vorstellen, was jetzt in dem Moment alles weg ist. Ja, ganz genau. So, du hast nichts mehr zur Verfügung. Es ist dunkel, du bist in der Steinzeit. Also was machst du? Du gehst raus und hast draußen einen Generator stehen. Und genau das ist diese Versicherung, das ist dieses gute Gefühl, wovon ich die ganze Zeit spreche. Du weißt, du hast ganz einfach eine Möglichkeit, auf die Schnelle mal wieder für Strom zu sorgen. Und solange du Sprit hast, kann der Stromausfall drei, vier Stunden oder auch mal drei, vier Tage lang dauern. Du weißt ganz genau, du legst ganz einfach hier eine Mehrversteckdose in die Wohnung. Zack, hast du wieder Licht. Zack, kannst du deinen Heizlüfter oder auch deine Heizung wieder betreiben. Zack, kannst du deine elektronischen Geräte wieder versorgen. Dein Fernseher wird wieder mit Strom versorgt. Zur Not auch mal das Radio. Du möchtest ja wissen, was ist denn da eigentlich passiert da draußen? Gibt es neue Informationen? Was ist denn da eigentlich draußen los bei mir vor der Haustür oder in anderen Stadtteilen, in anderen Städten? Und diese Information bekommst du jetzt hier, weil du Strom zur Verfügung hast. Zum Gerät selber, es ist ein fantastischer sogenannter Benzin-Inverter-Generator. Anders als ältere Gerätschaften, die man vielleicht noch von früher kennt. Ich kenne sie noch zu Zeiten meines Vaters. Da mussten vier gestandene Männer diese Dieselgeneratoren erst mal auf die Baustelle schleppen oder an andere Stelle schleppen. Die haben gestunken, die haben einen riesen Radau gemacht. Sind das hier sogenannte Inverter-Generatoren. Das heißt, die passen automatisch ihre Drehzahl und damit natürlich auch den Spritverbrauch, um es mal so banal zu formulieren, an die Leistungsabgabe an. Das heißt, wenn Sie jetzt hier nicht die vollen 3.500 Watt, die das Gerät dauerhaft zur Verfügung stellt, verbrauchen, sondern zum Beispiel nur 1.000 oder nur 1.500 Watt, geht natürlich entsprechend die Mosterleistung runter. Das Gerät liefert Ihnen genau so viel Strom, wie Sie es in dem Moment brauchen. Und logischerweise reduziert sich damit dann also auch der eigentliche Spritverbrauch. 12 Liter passen rein. Das reicht also locker mal selbst bei Volllast, bei 3.500 Watt Belastung, für bis zu 9 Stunden Stromvorsorge. Und damit kommen Sie auch mal ohne weiteres eine ganze Nacht durch, ohne dass Sie nachts um 3 Uhr aufstehen müssen, um wieder zu tanken. Perfekte Qualität bitte auch im Strom. Unsere Inverter-Generatoren liefern Ihnen eine reine Sinuswelle. Das heißt, auch bei teuren elektronischen Geräten, die ein bisschen empfindlicher sind bei der Stromqualität, werden definitiv hiermit sehr, sehr glücklich sein. Und Sie garantiert auch, weil Sie die Versicherung im Hinterkopf haben, Strom zu besitzen, den Sie nicht extra irgendwo aus der Steckdose zapfen müssen. Sie haben Ihren eigenen Stromgenerator draußen auf der Terrasse stehen. Und das macht Sie sehr, sehr sicher. Und auch hier haben wir noch mal großzügig nachbestellt, um Ihnen das noch zu ermöglichen, dass Sie Ihren eigenen Benzin-Inverter-Generator nach Hause bestellen können. Dieses Modell kommt schon Anfang Januar zu Ihnen mit der Artikelnummer ZX 82, 83 und der 569. Wichtig ist hier bei diesem Modell, wie auch bei dem nächsten Modell, was jetzt eingeblendet ist, dass Sie sich auf die Warteliste setzen lassen. Denn die Wartelisten sind auch nun mal begrenzt. Wenn die voll ist, müssten Sie auf die übernächste Lieferung. Das wollen Sie nicht. Deswegen jetzt hier direkt die Gelegenheit nutzen, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Hier haben wir jetzt auch ein Modell mitgebracht, was ja wahnsinnig schnell aufzustellen ist, aus der Garage zu rollen ist. Das ist ja das Schöne. Weißt du, ich habe einen Stromausfall und ich weiß, was passiert. Ich habe keine Unsicherheit, sondern ich weiß, ich gehe direkt raus, ich rolle meinen Inverter-Generator raus, schmeiße den an und dann ist alles wieder wie sonst. Andere räumen wahrscheinlich in der Nachbarschaft die dicken Decken raus, holen sich, weiß ich nicht, Sweatshirts und Winterjacke oder was, um sich da aufs Sofa zu setzen. Sie ziehen ganz einfach kurz am Kabel oder noch cooler bei diesem Modell, Sie drücken ganz einfach auf die Fernbedienung und machen Ihren eigenen Generator an, stecken noch ein, zwei Stecker um für die elektronischen Geräte, die Sie brauchen, vielleicht auch mal für einen Heizlüfter und eine kleine Zusatzheizung, die Sie sich kürzlich noch gekauft haben, um ganz einfach den Raum auch warm zu halten. Und das machen Sie ganz bequem vom Sofa aus, weil das gute Stück eben hier fernbedienbar ist. Zum Transport an sich, ich meine natürlich haben solche Motoren, solche Generatoren grundsätzlich ein paar Kilo Gewicht. Der Schwarze, den wir gerade kennengelernt haben, der kommt auf gut 30 Kilo, der hier bei knapp 35 Kilo kommt da raus. Deswegen hat er eine Trolley-Funktion, ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, Sie können ihn also wie einen kleinen Koffertrolley jetzt hier über den Flughafen ganz einfach von A nach B rollen. Das ist ein ganz tolles Gerät. Und er hat noch eine sogenannte ATS-Funktion, Automated Transfer System, nennt sich das Ganze. Das kennt man sonst nur aus Krankenhäusern oder aus anderen Noteinrichtungen. Wenn da der Strom ausfällt, springt automatisch sofort in dem Moment ein Notstromgenerator an. Ein kleines Gerät zwischengeschaltet, macht auch der das bei Ihnen zu Hause. Das heißt, Sie werden im besten Fall wahrscheinlich noch nicht einmal merken, dass überhaupt ein Stromausfall stattgefunden hat. Es sei denn, Sie gehen raus und schauen, ob das Gerät läuft, ob er Radau macht oder eben nicht. Ein Viertaktmotor bedeutet, er läuft extrem ruhig, er ist ausgesprochen leise im Vergleich, also auch zu den Modellen mit Dieselaggregaten und so weiter, die man aus den Jahrzehnten quasi zuvor kannte. Sie haben zweimal die 230-Volt-Steckdose, können sogar USB-Geräte direkt an Ihrem neuen Benzin-Inverter-Generator andocken und haben eben auch mit einem kleinen Zwischengerät zwischengeschaltet die Möglichkeit, ganz einfach hier direkt auf Notstromversorgung umzuschalten, ohne dass erst die Heizung auskühlt, ohne dass man erst im Dunkeln durch die Wohnung tappt, ohne dass die Kinder erst mal in Panik geraten oder alte Menschen denken, um Gottes Willen, ich habe mein medizinisches Gerät, das muss weiter mit Energie versorgt werden. Sie wissen, Sie sind auf der sicheren Seite. Auch hier bitte ein 12-Liter-Tank, ist ganz wichtig zu wissen, das heißt eine enorme Kapazität. Auch hier bitte ein Benzin-Inverter-Generator, das heißt, der wird also selbst unter Volllast locker mal ungefähr neun Stunden hier seine Power zur Verfügung stellen, reguliert aber automatisch dann, wenn Sie nicht den vollen Strom zur Verfügung haben müssen, sondern vielleicht nur die Hälfte oder nur zwei Drittel des Maximalstroms hier regelt, der also automatisch die Drehzahl runter und geht also auch vom Verbrauch her merklich zurück. Ein sehr schönes Modell und vor allen Dingen hier eins der modernsten Gehäuse, eine sehr, sehr schöne Optik und ausgesprochen widerstandsfähig, da werden Sie viele Jahre, um nicht zu sagen, Jahrzehnte Freude dran haben. Anfang Februar lieferbar, jetzt bestellen mit der Artikelnummer ZX 82 47 und der 569 unser Lieferdatumsupdate, damit Sie wissen, wie Sie vorgehen können, wann welches Modell lieferbar ist, damit Sie sich auch entsprechend adäquat vorbereiten können auf die aktuelle Lage, die nicht kalkulierbar ist, aber wir wollen sie für uns kalkulierbar machen und deswegen jetzt direkt zum Hörer greifen. Vielen Dank.